Ein sicherer Ort für Entspannung, Aktivität und Kreativität. Eine Wohlfühloase. Zuhause bedeutet für jeden etwas anderes. Mein Name ist Esad Karan, Inhaber von La Raumimmobilien. Seit 2020 bringen wir vor allem mit Wohnimmobilien, aber auch mit Gewerbemobilien, glückliche Käufer und Verkäufer zusammen. Es ist ein Vertrauensbeweis, mit dem Verkauf Ihrer Immobilie beauftragt zu werden. Motivation, Professionalität und Spaß an der Arbeit. Das und meine jahrelange Erfahrung in der Gebäudetechnik sind dabei mein Schlüssel zum Erfolg. Jede Immobilie ist individuell. Wir bewerten den Zustand Ihres Objektes kostenfrei und unverwendlich. Persönlich und vor Ort. Grundlage für den Verkaufspreis ist dabei ein professionelles Exposé, um den bestmöglichen Preis zu erzielen. Wir vervollständigen Ihre Unterlagen und erstellen auf Wunsch Grundrisszeichnungen und Energieausweise. Die treffende Zielgruppe für Ihre Immobilie ermitteln wir dabei individuell und perfekt auf Ihr Objekt zugeschnitten. Interessenten und vorgemerkte Kunden werden direkt von uns benachrichtigt. Zusätzlich platzieren wir Ihr Objekt auf allen gängigen Immobilienportalen und sozialen Netzwerken. Mit seriösen Interessenten besichtigen wir Ihre Immobilien. Verhandlungen führen wir immer in Absprache mit Ihnen, um gemeinsam den Verkaufspreis zu erzielen, der Ihren Vorstellungen entspricht. Wir erstellen für Sie rechtssichere Verkaufsunterlagen und begleiten Sie vom anstehenden Notartermin bis zur finalen Schlüsselübergabe. Ich hatte das große Glück, mein Zuhause im wunderschönen Schwarzwald zu finden und möchte Sie dabei unterstützen, auch Ihren Wohnraum zu verwirklichen.